Willst du die Laterne stehen? Laterne, das ist ein langes Geruch. Warte? Ich kann ja mal gleich Rücklicht abfahren. Hey, hallo? Was ist denn das? Die Mühle ist ganz schön hoch. Ja, wir müssen mal sehen. Da steht die Kaste. Da kommt die Mühle. Da kommt die Mühle. Da kommt die Mühle. Da kommt die Mühle her. Dann findet das ja auch nicht. Vielleicht, oder? Weil die dürfen nicht gut sein. Ja, ja. Sowas ist das Normale bei dir. Das ist so schön. Das ist so schön. Willst du? Ja. Dann kommt die Mühle. Ja.